Um die Kern-Test-Protokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auch Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Und damit, hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Crankers und einem weiteren Part. Porte 2. Das Spiel, wo hoffentlich die Savegames nicht gelöscht werden wie bei Black Massa damals. Jack Black ist wieder da. Musst du dich ja auskennen mit, ne? Zu spät. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf 3. Bereit? 1, 2, 3. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf 3 habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also, diesmal schon bei 1. Bereit? 1, 2, 3. Upsala. Entschuldigung. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. 1, schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Dürf dich beeindrucken? Bitteschön. Ähm, ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Könntest du dich kurz umdrehen? Es ist so gut. Es ist so super, dieser Humor. Das musste ich dir wohl die ganze Zeit mittragen. War das so, ne? Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment. Lass mich mal die Lage checken. Ja, äh, am besten wir folgen der Schiene. Ich weiß gerade noch gar nicht, was das Ziel ist. Gerade im Portal. Oh nein. Ja, hallo. Wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Das sind also die Roboter, die einen eigentlich angreifen dann. Wenn die dann noch funktionieren und stehen, greifen diese Roboter einen eigentlich an. Sofern man in ihrem Blickwinkel ist, gibt es da schon ein bisschen Ärger. Aber der war ja mehr oder wenig kaputt und wir sind schnell vorbeigelaufen. Und da gab es ja keine Probleme. Brr, ist das hier warm. Ah, diese Kammer kennt man. Das ist die Kammer aus Portal 1, wo wir den Endgegner platt gemacht haben. Oh, den Endgegner haben wir damals schön zerlegt. Weißt du, wer sie am Ende, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, denn der absolut nichts passiert ist. Dieser Mensch sind natürlich wir. Ja. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runter gesehen. Ja, dann lass es doch einfach, Mensch. Hier, wir stöpseln dich hier mal an. Ja, natürlich. Ja, super. Mach du das mal. Dann sind wir dich wenigstens los und müssen wir dich mal festhalten. Sag's nicht zu laut, mein Freund. Okay, ganz ruhig. Alles Paletti. Ich hab's, ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Ha, ha, ha. Scheiße. Alle Hele angedreht. Das kann nichts Gutes bedeuten. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Oh, die baut sich wieder zusammen. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen wir mal sehen. Ähm. A, 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 C. Nein, warte. Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, na schön. Neuer Plan. Halte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Scheiße. Sie lebt wieder. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Diese Bemerkungen immer erst auf nett tun und dann sowas Nettes wie Monster. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. So, also der Endgegner aus dem ersten Porte-Teil lebt wieder und hat anscheinend Lust, wieder ein paar Testkammern zu erforschen, zu testen. Und naja, ist anscheinend nicht sehr begeistert davon, was wir im ersten Teil mit ihr gemacht haben, nämlich getötet. Und das findet sie anscheinend nicht schön. Deswegen könnten wir jetzt ein paar Probleme kriegen. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Schmeißt das mal in eine Brennkammer. Hoho, ich bin so ein Monster. Also, jetzt brauchen wir nur noch die orangene Porte-Kanone. Jetzt können wir zwei Portale schießen. Palim. Nein, ich will nicht mit dir reden. Äh, Essen ist wichtig. Ja, ist doch schön. Freu dich doch. Ja, ich will nicht mit dir sagen, ob du jeder andere, den du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Haha. Schön, das alles hinter uns zu lassen, und an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Nein. Wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ach, herrlich. Wunderbar. Also, man merkt es ein bisschen heraus. Sie ist natürlich noch wütend auf uns, auch wenn sie behauptet, sie ist nicht wütend. Nein, überhaupt nicht. Man hört es heraus. Man kann es sich denken. Jetzt werden wir wohl anscheinend so richtig gequält in den nächsten Kammern. Teil 2. Der Cut-Start. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbst-Test abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Hä, wie bitte? Warum voller? Das ist nur ein Laser, ihr Idioten. Das reicht doch nicht. Ein bisschen weiter. Wunderbar. Ähm. Ähm. Ich hätte da ja so eine Idee. So ist das nämlich wunderbar. Jetzt springe ich nämlich hier rüber. Ich dachte nämlich erst, dass ich hier nicht rein kann. Äh, kann ich aber. Aber gut. Jetzt kommt man nämlich hier hoch und... Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Noch so viele Tests sind zu bestehen. Ja, jetzt geht es hier wieder rund, wenn die Alte das Sagen hat. Äh. Und natürlich, jetzt weiß ich auch, warum am Anfang nicht die gesprochen hat. Die war ja tot. Die haben ja umgebracht. Äh. Deswegen hat sich das mit dem Sprechen ein bisschen blöd gemacht. Aber ja, jetzt haben wir sie ja zum Glück wiederbelebt. Und wir sehen uns dann. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlängers Waffel. Ich hatte sie gerade vor deiner, äh, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Wir sehen uns dann. Kannst du in der Ecke sein. Ach du Scheiße. In Testkammer 2 von 22 sehen wir uns wieder im nächsten Part von Porte 2. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Krangus.